Das wird er komplett selber entscheiden, aber der Weg wird sehr erfolgreich weitergehen, weil er hat als Spieler so gespielt, dass man sich gut vorstellen konnte, dass er ein sehr, sehr guter Trainer wird. Das stellt er jetzt unter Beweis. Ich habe viel gelernt über Fußball, indem ich Xabi Alonso beim Fußballspielen zugeschaut habe und leider auch oft genug gegen ihn spielen musste. Dadurch habe ich extrem viel über das Spiel gelernt. Ich habe gelernt, das hat er mir einfach gezeigt oder er jedem gezeigt, glaube ich, der sich intensiv mit Fußball beschäftigt hat. Er war einer der prägenden Figuren in der Nationalmannschaft bei Bayern, bei Real Madrid, bei Liverpool auf der zentralen Position im Mittelfeld und hat da mit einer Antizipation, Spielverständnis, aber auch mit einer natürlichen Aura seine Mannschaften geführt und die größten Erfolge gefeiert. Deshalb ist das nicht die ganz große Überraschung, dass er ein herausragender Trainer ist. Ich freue mich, ihn kennenzulernen. Wir haben uns vorher mal ganz kurz getroffen und natürlich eher als Spieler und dann später nochmal. Und das setzt sich jetzt fort in seinem Weg und im Denken, wie viele Trophäen oder wer zu wem hochschaut, habe ich nicht. Deshalb freue ich mich, ihn kennenzulernen. Und der Weg, in die Folge sprechen für sich, ist absolut top. Und der Weg, in die Folge, 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 in